hallo leute willkommen zu einer neuen folge kim dev monster heute wieder die endgame survivor series diesmal mit den grand weapon zusammen mit einer sehr geilen rüstung nämlich der dragon armor eine kombination die es so noch nicht live gespielt habe aber wo ich unglaublich lust hätte die mal nachzubauen das thema ist ja auch immer so ein bisschen theory crafting wie viel davon kann ich überhaupt erfüllen welche anforderungen habe ich an den survivor und an die rüstung damit das perfekt funktioniert hier muss ich tatsächlich sagen hier macht 90 prozent die ausrüstung und der survivor ist ein nettes gimmick ja je besser der survivor aber ist umso besser funktioniert natürlich auch die ausrüstung und wir springen einmal direkt rein und zwar gehen wir zuerst einmal auf die waffe ein grand weapon ist ziemlich ziemlich cool ich bin ja auch riesen anime und berserk fan und diese waffe von ihm einfach im spiel zu haben ist richtig cool nachteile sind ganz klar frail das heißt auf einer super dance location geht sie kaputt die waffe ist nicht ganz billig deswegen sollten wir auf jeden fall jemanden mit einer wisdom potion im team haben damit wir immer wissen welche locations wir angreifen können uns sparen beim white lion der keine super dance locations zum beispiel hat aber da muss man auf jeden fall aufpassen dragon slayer unglaublich gutes waffen profil grand weapons immer mit einem würfel unterwegs trifft auf einer 6 plus hat schon neun stärke ist sharp und macht aus jeder verwundung zwei wunden richtig gut ich habe euch schon mal erzählt dass es super nice ist effektiv durch ein deck zu gehen und mit dem dragon slayer wo ihr zwei vereins verwundet ist das sehr gut generell was haben wir hier mit bei survival of the fittest und clan of death heißt wir dürfen uns schon mal zwei stärke drauf rechnen und das führt uns dazu dass wir elf stärke haben und zwei würfel das ist schon sehr viel also wir können auf eine 30 kommen 30 ist im moment die höchste toughness im spiel von daher alles richtig gemacht und da sind noch keine anderen boni bei dazu kommen wir jetzt was macht die dragon armor gut die dragon armor ist leicht das ist manchmal ganz wichtig dass wir leichter armor haben zum beispiel wäre das auch ein sun stalker freundlicher bild weil ihr da keine heavy armor tragen dürfen außer mit ein paar ausnahmen und ja die dragon armor macht eigentlich relativ viel sie schützt uns extra auf den kopf wir sind nicht mehr genug da und wenn wir eine heavy injury haben wir kriegen einfach so zwei movement also wir sind mit sieben movement unterwegs das wird noch gleich ganz wichtig und es ist da aus der showdown kriegen wir auch unser volles survival das ist eigentlich die beiden wichtigsten sachen die brust und die füße sieben movement und volles survival sind schon mal sachen womit wir arbeiten können grand weapons sind ganz cool weil auf der spezialisierung kriegen wir ein accuracy deswegen habe ich hier oben auch zwei accrucien geschrieben wir kriegen ein durch clan of death den zweiten kriegen wir durch die spezialisierung heißt wir treffen das monster schon auf einer vier plus im blind spot auf einer drei plus das heißt wir sind ein super sicherer angreifer zudem wenn wir kritisch verwunden wird das monster genug da und das heißt man trifft es auf einer drei plus und wir haben dann auch noch keine reactions mehr zu befürchten bis auf die trap das ist ziemlich gut wenn wir es beim ersten hit genug da und haben können wir mit dem search quasi auf das liegende monster noch mal extra drauf kloppen die mastery ist wenn wir perfekt treffen dann gibt es auch keine reactions man kann jetzt gucken ob man da mit timeless 1 noch ein bisschen mehr den fokus drauf legt ich habe mich dazu entschieden hier ein bisschen mehr die krit variante zu unterstützen denn wenn das monster genug da und das profitieren auch unsere anderen helden mit davon da wir in der lantern kampagne sind habe ich mir jetzt mal überlegt wir nehmen extra dafür einen blauen survivor ganz einfach weil er eine blaue affinity extra bekommt und dadurch ein lack mehr hat dann haben wir scarification da nehmen wir einfach ein survivor der ja schon quasi nach ich merke gerade da müssen wir schon auf also wir dürfen nur unsere salvia mit scarification würfeln lassen und müssen da dann ein lack schaffen also ist ein bisschen konstruiert ihr merkt schon das ist relativ schwer selber können wir an den start bringen aber dann haben wir eine 1 zu 6 chance dass der tatsächlich noch das bonus lack bekommt die anderen lack hier sind nicht so schwer lack charm kriegen wir hier durch die blauen affinitäten und durch sleeping flower virus was wir auch ganz einfach über den flower night bekommen haben wir 4 lack das heißt wir kritten auf einer 6 wenn wir den scarification wurf nicht schaffen was sehr wahrscheinlich ist kritten wir immer noch auf einer 7 das ist ganz gut 40 prozent chance damit kann man arbeiten als zusätzliche fighting arts habe ich den propulsion drive genommen für jede bewegung kriegen wir momentum token dann können wir bei fünf token ein d 10 werfen und kriegen das noch mal als lack und als damage oben drauf das ist ganz cool weil hiermit können wir ähnlich wie bei dem archer den ich schon mal vorgestellt habe eigentlich 100 prozent krit chance bekommen beziehungsweise 90 prozent weil die 1 immer verfehlt aber das zusammen mit der antilopen maste das kennt ihr schon von dem archer sind halt ziemlich gut hier müssen wir jetzt nur noch gewährleisten dass das monster dass der ja man kann den survivor auch monster nennt dass der den zählen ist weil dann kriegt er eine extra movement das heißt die extra movement triggert den propulsion drive gibt uns momentum token was wir aber eigentlich machen wollen ist noch den sprung aktivieren denn der sprung lässt uns fünf felder gerade ausspringen das heißt wir nehmen den survivor vom bord runter platzieren ihn in fünf feldern entfernung und dann kriegen wir zwei accuracy und fünf stärke das heißt wir kriegen noch mal zwei accuracy drauf und treffen auf jeden fall auf 102 plus was beim dragon slayer einfach wahnsinnig wichtig ist dass wir sehr viel treffen und wir haben dann noch mal fünf stärke on top das heißt wir haben nicht nur die elf stärke von dragon slayer sondern haben dann 16 stärke mit den sharp würfel das heißt wir dürfen noch zwei würfel obendrauf würfeln und wir haben vielleicht noch den drive das kann gegen monster die halt sehr hohe toughness werte haben ziemlich einfach dann sein dass wir die dann nur über den grand dragon survivor kaputt machen ich habe da noch den abyss des saddest genommen einfach weil es eine zuverlässige survival quelle ist da könnt ihr aber auch burning focus oder irgendwas anderes nehmen wie es euch beliebt das ist dann nicht mehr so speziell und ihr könnt wenn ihr das ganze ein bisschen krit lastiger spielen wollen könnt ihr auch den dragon slayer wegnehmen dann habt ihr keine hohe stärke mehr und dann dafür das ripp blade reinnehmen beim ripp blade habt ihr den vorteil es ist deadly das heißt diesen krit aspekt könnt ihr da noch mal verstärken wenn ihr das wollt bis ins mid game ist die stärke auch ganz gut ihr habt fünf auf dem wick blade fünf wenn ihr springt das heißt zehn stärker der on top mit einem würfelwurf das ist okay aber dragon slayer würde ich euch eher empfehlen weil es einfach eine sichere variante ist und ihr auf allen aspekten gut seid ihr trefft gut ihr habt eine hohe stärke ihr habt einen krit wert das ist eigentlich das non plus ultra was man so haben kann warum habe ich die antilopen maske mit reingenommen der sprung ist sehr schwer zu triggern denn es sind genau fünf felder das heißt wir haben nur ein feld immer wo wir hinspringen können was dann bei monsters und meistens passt das nie so ganz und wenn wir jetzt zu beginn unserer aktivierung eine movement for free bekommen dann können wir uns so hinstellen dass wir auf jeden fall in den blind spot oder ans monster ran jumpen und dass das passt gerade mit sieben movement also da können wir uns einfach immer gut positionieren kriegen dafür auch noch den momentum token und für den sprung kriegt ihr den nicht weil hier sich der survivor nicht bewegt sondern geplaced wird sozusagen aber der bonus der dragon armor ist halt in dem fall richtig richtig gut ihr könnt diese super starke waffe natürlich auch mit anderen rüstungen kombinieren aber ich finde die mischung aus sehr hoher stärke sehr guten krit wert vollem survival und guten movement finde ich einfach perfekt um hier aus was zu bauen wie gesagt könnt auch die ganze krit variante weglassen dann wird der bei ein bisschen schwächer könnt euch dann aber noch mehr auf stärke fokussieren oder andere sachen ja das ist der grand dragon den möchte ich gerne als nächstes mal nachbauen nachdem ich die green armor durch habe weil ich eigentlich das dragon set sehr sehr schön finde und ich mag auch diese grand weapons die finde ich ein bisschen underplayed man sieht viele aus dem grundspiel die mit den sun bar tour spielen was auch deadly hat und leder armor aber ich finde das jetzt einfach noch mal die muskulöse variante von dieser ganzen geschichte und ja ich hoffe das video hat euch gefallen lasst wie immer gerne kommentare und likes da und ja ein video habe ich jetzt noch in planung das werde ich gleich direkt drehen ich wünsche euch viel spaß beim kingdom death monster spielen ich bin kim death monster bis zum nächsten mal ciao